Hallo, ich heiße Stefano Matteucci, ich komme aus Italien, aus Rom und habe am Konservatorium Santa Cecilia studiert. Ich habe 2003 meinen Abschluss gemacht und unterrichte seit 2004. Ich habe einige Jahre in Rom und Milan unterrichtet und bin dann nach London gezogen, wo ich neun Jahre lang gelebt habe und viel unterrichte. Dann zog ich nach Deutschland, wo ich in Nürnberg und Berlin unterrichtet habe. Ich unterrichte Cello, Violin, Klavier für Anfänger und Gesang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.